hast du mal lust auf ein webinar bei dem dir nichts verkauft wird dann sei dabei bei meinem jahresabschluss live webinar am 30 dezember um 18 uhr wir werden gemeinsam das beste aus 2019 heraus destillieren all das was dir vielleicht bewusst ist aber auch die dinge die dir nicht mehr so im bewusstsein sind wir werden uns glückshormone holen und uns bereit machen für ein erfülltes und erfüllendes 2020 nicht nur ein neues lebensjahr sondern ein neues lebensjahrzehnt ich freue mich auf dich du kannst dich über den link oberhalb oder unterhalb dieses videos je nachdem wo du es siehst anmelden freue mich wenn du dabei bist und wünsche dir bis dahin alles gute